Hallo, ich bin Jeannie und ihr kennt mich von Chronicles. Das ist ein Special und zwar ein ASMR Special, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ASMR, auf jeden Fall isst man da einige Dinge und flüstert und spricht und ihr werdet gleich hören, wie sich all diese Dinge hier am Tisch anhören, wie das alles schmeckt und ihr einfach den Sound hören, wie es knuspert und kracht und Gänsehaut dabei kriegen. Viel Spaß bei diesem ASMR Special. Super Special. Okay. It's not so good! It's good! It's good! I'm good! It's good! It's very good! I'm so good! It's a good meal! It's so delicious! It's so good! It's so delicious! It's so nice! Du sind bei. Ich mache das so schön. Ich habe das eine sehr, 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 sehr gute Rez. Ich habe das so schön. Ich habe das so schön. Ich habe ihn schon entspricht. Ich bin sie dran. Er ist so toll. Ich habe ihn mögt. Ich habe ihn sehr schlecht. Ich habe die Leitende im Saal mit dem Böden. Ich habe die Leitende Brüder in der Brüder und würde es sehr gut finden. Ich habe den Brüder aufgesagt, dass ich den Brüder und den Brüder und den Brüder mit den Brüder. und dann auch. oder so, das ist schon gar nicht gut. Nun ist es so schön. Pannter Es ist sehr schön, es ist, so gut. Weil du das war. Ich hab nie den Schmack gelegt. Ich hab keine Rebsen gesagt. Ganz schön. Ich habe den Kaffee im Lied, der es gut geht! Ich habe den Kaffee mit einem Schuss aus der Kaffee gefeiert. Ich habe den Kaffee gefeiert. Wenn du kaffee, den ich in Kaffee gefeiert habe, war ich nicht. Ich habe den Kaffee gefeiert. Lied kaffee. Ich habe den Kaffee gefeiert. Okay. Ich habe es sehr gut, aber ich habe es sehr, 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 sehr. Was ich wirklich bei uns in der Videospielbox macht? Ich hoffe, es zu unseren Koch-upfisch. DARL Charleston, was mir noch ein bisschen... Ich würde mich immer darauf achten, dass ich hier selbst in diesen Brothers in T-T-T was in der Inge-N-N-D-D-D-D-D-D-D-D-Fisch. Ich würde mich sehr als Kabel für die Koehre Und Israel zu essen. Die grün ist sehr schön. Ich habe es sehr gut. Aber es ist sehr schön. Ich habe es sehr gut. Und ich habe es nicht so gut. so this was our asmr special edition um sehr komisches erlebnis sich so beim essen zu hören die sachen lieb ich mein favorite war mal jesus und rumgoogeln auch richtig geil crunchy fand ich auch die und das geht gerade ist halt mein geschmacklicher fave mich hat die brause enttäuscht aber diese brause dafür waren richtig geil wir hoffen es hat euch gefallen und wenn ihr wollt gibt es wieder mal ein asmr special muau 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 muau